Sowas Wichtiges war und deswegen ist der Neuland-Server im Moment für uns nicht erreichbar. Yo Baby-Horges! Willkommen zur ersten Runde Minecraft! Lauf dir da! Ja! Es geht direkt los. Wir spielen Team Survival, wie Gameside Modus, den ich noch nie gespielt habe und hier in der Kiste war was drin. Das Einzige, das wir bekommen haben, ist eine Lederhose. Sieh man, Oktoberfest haben wir leider verpasst. Ja, renn, 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 renn. Okay, jetzt kannst du erzählen, aber versuch mir irgendwie zu folgen. Erstmal muss ich dir folgen, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin direkt hinter, wo wir waren, hinten, sozusagen hinten hingelrannt. Mann, ich hab... Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Okay, es ist hier noch, hier sind Kisten drin. Hier war eine Kiste, die ist schon leer. Alles leer hier. Komm mit, komm einfach mit. Hier ist eine Steinachse, nimm sie dir. Okay, danke, danke. Der Beginn ist wie immer ein bisschen hektisch. Da ist einer hinter uns, den holen wir uns jetzt. Okay, den klatschen wir sofort, aber wir spielen eine Team Survival, wie Gameside heißt 64 Spieler, spielen zusammen. Also für alle, die noch nicht wussten, was es ist, ich wusste es nicht bis gerade eben. Hier spielst du es gerade zum ersten Mal. Boah, ich hab dich getroffen, sorry. Aber lass den hier, lass den hier, weil der hat irgendwas aufgesammelt, der hat irgendwas aufgesammelt. Lass du hinter dem hinter... Oh, er hat ein Goldschwert, er hat ein Goldschwert, aber der läuft weg, von daher schützt sich mal... Oh, er... Hinter uns, hinter uns! Ja, ich... Na, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich helfe dir. Na. Nein, hinter uns noch einer, renn weg, renn weg, renn weg. Ja, ich laufe schon, ich laufe schon. Ah, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Noch drei, nur noch drei Herzen. Ich muss weglaufen. Oh, ich hab auch geschafft wegzukommen. Oh Gott, nee, ich hab's noch nicht geschafft. Ich hab's noch nicht geschafft, ich laufe noch. Ach, oh shit, Alter. Nein, ich bin immer noch am Spawn, ich bin immer noch am Spawn. Ich bin immer noch am Spawn. Renn irgendwie weg. Ja, ja, ich probier's, ich laufe weiter weg, warte. Okay. Boah, ich hab's geschafft zu entkommen, ich hab's geschafft zu entkommen. Ich komm gleich zum Spawn zurück. Ich bin immer noch genau am Spawn, aber ich regeneriere nicht. Der Typ kommt, der Typ kommt. Shit, ich werde noch voll. Nein, du musst überleben, Simon. Noch einer, es sind nur noch 34 Spieler leben. Ich hab was gegessen. Ich hab was gegessen und bin hier in der Mitte und ich sehe gerade niemanden, der irgendwie hier ist, Leute. Niemann, wo bist du jetzt? Ich komm zur Mitte zurück. Boah, das wäre super, wenn du zur Mitte zurückkommst. Ich nehm so einen mega Umweg. Ich hab grad ein bisschen Angst hier. Ey, da ist ein Diamant drin in so einem Ding hier. Ich hab einen Diamanten, Simon. Ja? Nee, aber kann man nicht abbauen, ich dachte schon. Oh, früher konnte man das abbauen in diesen Diamanten, aber nein. Kann man nicht mehr abbauen. Okay, okay. Ich hab aber ein bisschen, ähm, ich hab Rüstung, ich hab einen Eisenpanzer für die Brust und ich hab eine Lederhose. Okay, ich komme jetzt zurück zu dir. Hast du eine Waffe? Äh, ich hab ein Schwert, ja. Okay, gut. Ich komme jetzt gerade zur Mitte wieder zurück. Ich hab alles überlebt. Ich hab alles überlebt. So, während du kommst, vlogge ich nämlich mal kurz. So, Leute, wir sind jetzt hier live beim Let's Playen und hier ist eine fette Sternaufnahme. Hier nehme ich gerade auf mit Simon im Hintergrund. Nein, da ist jetzt jemand. Den uns jetzt lieber drauf zu vloggen. Okay, los, machen wir ihn platt. Da ist noch mehr, da ist noch mehr. Ich hab übrigens kein Schwert, nur eine Steinachse. Ja, ich brauch deine Hilfe. Ja, ja, ich bin gleich auch hinter dir. Oh nein, oh nein, oh nein. Er läuft weg, der läuft weg, der dich geschlagen hat. Ja, 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 okay. Jetzt kommt er wieder. Oh, ich werde sterben, der hat eine Tür. Nein, renn weg, renn weg. Ja, ja, versuch's ja. Aber ich war noch kurz. Rauch, renn weg, renn weg, renn weg. Kacke, 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 das jetzt. Oh nein. Er wird sich kriegen. Nein, er hat sich. Oh nein. Oh, ich hab ihn. Der SaterstärkTV-Team hat bei mir meinen silbernen Playbutton runtergeworfen. Ja, ja, die machen hier alles kaputt. Ich war's. Leute. Ist er zerstört? Nee, er lebt, noch, noch lebt er, noch lebt er. Leute. Also hier, hier ist was los. Wir machen einfach noch eine zweite Runde und gucken, ob wir ein bisschen länger überleben. Der Typ, der brauchte nur noch einen Schlag und wäre tot gewesen. Achso, ich sag gerade in meiner Kamera, wir machen noch eine zweite Runde. Leute, wir machen noch eine zweite Runde. Das ist auf jeden Fall chaotisch. So, Leute, das ist die zweite Runde. Simon, wo sind die Kisten hier drauf? Runter, spring runter, spring einfach runter. Okay, okay. Oh, in der oberen Kiste war auch was, aber ich nix bekommen. Schade, ich renne direkt weg. Siehst du mich? Ja, ja, ich seh dich. Ich komm nach. Ich hab allerdings nix bekommen. Ja, ich hab auch noch nix bekommen, weil ich hab noch keine Kiste angefasst. Alles klar. Das ist nur eine 24er-Runde. Eben waren wir in der 64er. Das ist ein bisschen chilliger. Vielleicht überleben wir ein bisschen mehr, ein bisschen länger. Oh, shit. Ich hab auf jeden Fall eine Waffe. Ich bin in so einen Turm reingelaufen. Okay. Ich seh den Turm. Ich bin direkt bei dir. Ja, komm her, komm her. Alles klar. Hier ist eine Holzachs. Immerhin etwas. Okay, dann kommen wir schon mal. Jetzt kommen zwei Leute. Die holen wir uns jetzt. Okay. Ja, gut. Probieren wir zumindest. Okay. Nein. Jawohl, den haben wir bekommen. So viel ist jawohl. Ja, der ist schon mal tot. Der hat ein Schwert. Aber ich hab's nicht bekommen. Ich hab's nicht bekommen. Nimm den Steinachs hier. Okay. Genau nimmst du dir das Schwert. Hätt. Die Steinachs ist genauso gut. Ja, trotzdem. Nimm den Helm. Da ist noch ein Helm. Wo ist der Helm? Ja. Okay, danke. Das ist einer Goldschwert. Ja. Da oben ist einer. Da oben ist einer. Den holen wir uns. Das ist der aus dem Team, glaub ich, ne? Ja, ja. Ich hab auch einen Kuchen. Also wenn du essen brauchst, sag Bescheid. Ja. Alles klar. Lukas, rauf da. Okay, ich komm von der Seite weg. Das tut. Sehr gut. Boah, jetzt hab ich auch einen Ironhelm. Aber ist cool, dass es jetzt Team Survival Games hier gibt. Weil irgendwie, dann hat man wenigstens nicht dieses Gefühl so, oh, ist voll scheiße, dass man Teams hat. Ich find Team Survival Games richtig gut. Wieso spiel ich das grad zum ersten Mal? Äh, weil es das noch nicht so lange gibt. Es kam erst raus, als wir auf der Longboat Tour waren. Echt? Team Survival Games gab's früher noch nicht? Ne, man, äh, früher war in jedem Survival Games Team erlaubt. Also früher war's ja so, dass du Survival Games, da waren immer irgendwie Teams. Und jetzt ist es so, dass in normalen Survival Games Teams verboten sind. Und hier sind Teams nur erlaubt. Alles klar. Lass mal ein bisschen, äh, ein bisschen weitergehen und uns gucken, ob wir irgendwo noch Kisten finden, ne? Weil ich hab immer noch nur die Steinachse und noch nicht so viel Rüstung. Das wär mir persönlich sehr wichtig. Und Leute, übrigens, warum spielen wir überhaupt, ähm, hier? Survival Games. Eigentlich wollten wir direkt Neuland aufnehmen und das haben wir grad probiert. Alles schon vorbereitet. Ja, du kriegst ne Hose. Und Hose, super. Leute, der Server ist einfach weg. Wir haben den ja, oh, da hinten kommt einer, hinten kommt einer. Wir haben den ja bei Nitrado und wenn du den halt, äh, da zahlst du den ja im Voraus und wir haben den irgendwie nur für 30 Tage oder so gezahlt. Und dann kommen wir wieder. Und man kriegt auch immer, man kriegt auch immer Erinnerungs-Mails. Yo, Vorsicht, der Server wird bald gelöscht, wenn du jetzt nicht, man kann's dir wirklich sogar, wenn der Server nicht mehr bezahlt ist, ne extra Woche noch, wo du ihn wieder reaktivieren kannst. Oh, der hat Deinschwert. Oh, nee. Ich hab ihn zweimal getan. Der ist down, ja. Oh, das war ne gute Teamarbeit. Das war, hier, du kriegst ein Steinschwert. Perfekt. Endlich. Hinter uns kommt noch jemand, hinter uns kommt noch jemand. Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Renn weg, renn weg. Da kommen überall Leute. Renn weg, komm mit mir. Oh, ja, okay. Ich werde mir die Hose anziehen, danke. Oh Gott, in welche Richtung soll ich denn weglaufen? Hier sind überall Leute, ich bin fast tot. Ne, oh, oh Gott. Oh Gott. Oh, nein, 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 nein. Noch zwei, erst noch zwei, erst tot. Na. So, Leute, alle guten Dinge sind drei. Das hier ist die dritte Runde. Oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir schnell loslaufen. Wieso muss ich immer mit meinen Händen fuchteln? Alter, ich hab richtig viel bekommen, obwohl ich richtig spät gestartet bin, Simon. Ja, komm mit. Okay, ich komm mit. Ich hab ne Steinachse und ich hab ein bisschen Rüstung. Sehr gut. Brauchst du ne Helm hast du auch, ne? Sehr gut. Folg mir erst mal, folg mir erst mal. Perfekt. Ich ging jetzt hier rüber. Du meintest gerade, das ist eine der stressigsten Maps hier, aber bisher ist die chilligste. Vielleicht hab ich alle Sachen, niemand greift mich an. Aber gut, sind auch in der Friedensphase, aber trotzdem. Komm, jetzt ist Friedensphase vorbei, jetzt müssen wir. Ja, 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 ja. Da vorne, komm, Leute, da vorne, komm, Leute. Was ist mit der Kiste bei der Lava? Äh, nicht hingehen. Okay, dann nicht. Wir gehen erst mal zu den Leuten, komm. Okay, okay, okay. Ja, klatsch den weg. Das dürfte kein Problem sein. Hast du ein Schwert, oder was hast du? Ich hab ein Steinschwert. Okay, weil ich hab ne Steinaxt. Also Schwert wäre natürlich super. So, den hab ich runtergeschubst. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hast du... Den hab ich auch noch getötet. Perfekt. Brauchst mich gar nicht, ich laufe nur hinterher. Hallo. Wir haben das Thema ganz vergessen, weiter zu behandeln. Hier ist eine richtig starke Waffe, komm her. Oh, danke sehr. Eisenachs. Oh, sehr gut. Danke sehr. Da hinten ist noch... So, und was ich sagen wollte, man wird halt immer dran erinnert, wenn der Server reaktiviert wird bei Nitrado. Aber wir haben das einfach während der Longboat Tour absolut nicht gecheckt, dass bei so vielen Mails, dass da irgendwie noch sowas Wichtiges war. Und deswegen ist der Neuland-Server im Moment für uns nicht erreichbar. Und wir hoffen jetzt, dass das irgendwie noch aus irgendeinem Backup reaktiviert werden kann. Aber wir können im Moment nix versprechen, Leute. Also es tut uns mega leid mit den Leuten. Und wir hoffen, dass Nitrado irgendwie noch was machen kann. Aber eigentlich werden halt... Dena, ich hab jemanden hinter mir. Ja, ich kill den ja, ich kill den ja. Nee, ich werd sterben. Ich werd sterben, Dena, ich werd sterben. Nee, ich bin direkt hinter dir, aber ich hab ihn noch nicht in Reichweite. Hier, da sind zwei, da sind zwei, aber der läuft... Hä, ist der hinter dir? Ist der hinter dir? Ich weiß nicht, ich versuch einfach nicht... Nein, der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen, der ist nicht hinter dir. Versuch nicht zu sterben und komm erst mal wieder in Sicherheit. So hast du dich jetzt in die Bredouille gebracht. Weil ich laufe hinter dem her und hinter mir laufen andere her, weil ich dachte, der läuft hinter dir her, aber so war's nicht und jetzt hab ich mich an einem Kaktus gestoßen. Oh, nein. Okay, ähm, wo bist du denn? Ich bin da, bei dem Fluss, wo wir waren. Bei dem Fluss? Ah, bei dieser Schlucht, meinst du? Ja, unter der Nähe, der Schlucht, ja. Oh Gott, bei mir sind richtig viele Leute. Und vor allem sind das hier immer Teams, weil es in Team Survival Games ist. Sprich, es ist überall gefährlich. Da hinten ist einer mit richtig viel Diamantrüstung. Den verfolge ich gerade, weil ich möchte die Rüstung haben, weil ich weiß nicht, ob er ein Schwerter hat, weil im Moment hat er nichts in der Hand. Ich bin beim Fluss, Simon. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Okay, hier in die Mitte, komm in die Mitte, weil er ist einer mit Diamantrüstung und der läuft weg, also hat er vielleicht kein Schwert. Das wäre super, wenn wir die Rüstung bekommen. Er hat keine Diamantrüstung, ich glaube, das ist dein Skin. Oh. Oh ja, das kann sein. Hinter, komm in die Mitte zurück, komm in die Mitte. Ich möchte schärfen. Nein, 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 lauf weg, lauf weg. Ich komme mir entgegen. Jawohl, jetzt, er rennt weg, er rennt weg, hinterher. Gut, bleib, nee, bleib. Oh, nee, ich hab kein Essen mehr. Ja, ess, ich seh was, hier, schnell. Hier. Danke. Du musst jetzt, komm, komm jetzt her, komm jetzt her. Ja, ja, ich komme hin. Okay, jetzt töten wir ihn, jetzt töten wir ihn. Oh, ich regeneriere aber leider nicht wieder. Na, oh nein, nur noch zweieinhalb Herzen. Nein, ich bin tot. Nein, ich kann nicht mehr sprinten und einer kommt mir entgegen. Oh, er guckt mich an, aber er geht weg, weil er selbst wahrscheinlich... Nein, Angst hatte. Ein Herz, ich bin im Wasser. Oh. Verdammt. Aber, Leute, ich finde dafür, manchmal sterbe ich einfach nur die ganze Zeit. Ich habe heute auch ein bisschen was getötet und so weiter. Dafür, dass wir 40 Tage lang kein Minecraft gespielt haben, war es... War es gar nicht so schlecht. War es gar nicht so gut. Auf jeden Fall, als, ähm, hier, äh, das, das, äh, ne, mit Neuland nochmal, um das kurz zusammenzufassen, der Server ist im Moment für uns nicht zu erreichen. Wir hoffen, dass es irgendwo ein Backup gibt. Muss aber nicht sein, weil, ne, wieso, die haben uns ja häufig genug daran erinnert, dass wir uns das selber ein Backup machen sollen oder weiter bezahlen sollen. Aber deswegen ist im Moment nicht sicher, ob Neuland weitergehen kann. Wir hoffen das Beste, aber können im Moment nichts versprechen. Wir halten euch natürlich auf den laufenden, entweder in Videos oder auf Facebook, Twitter, YouTube, Schaut überall vorbei. Links zu einem ist unten in der Beschreibung, genauso wie auch zu Simon. Und, äh, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, sag tschüss zum Sternenteam. Alle tschüss in die Kommentare schreiben. Tschüss. Tschüss. Und, äh, hier, Mittwoch kommt das. Mittwoch wann? Mittwoch um? 22. 22. Auf. Oh. Live auf RTL. Oh. Da, äh, hier, aber SternTV. So. Also, schaut da rein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also, gerne mal drücken da oben. Und da unten rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.